Ich gratuliere der Russischen Nationalbibliothek, dem Herrn Generaldirektor und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr, sehr herzlich zum 225-Jahr-Jubiläum. Mit ihren einzigartigen Beständen zur russischen Geschichte, zur altslawischen Kultur und zur europäischen Aufklärung verwahrt die Russische Nationalbibliothek einen einzigartigen Bestand unseres gemeinsamen Weltkulturerbes. Die Russische Nationalbibliothek ist aber auch sehr in die Zukunft gerichtet. Das beweisen viele Digitalisierungsprojekte, virtuelle Ausstellungen und vieles andere. Ich freue mich auch sehr über die sehr gute Zusammenarbeit auf europäischer Ebene über die CML und über den bilateralen Austausch von Wissen und Know-how zwischen unseren beiden Bibliotheken. Viel Glück und alles Gute für die Zukunft!